das sieht doch mal gut aus bravo bravo weil bravo bravo Birdie time! Aber oder? Oh ja. Mal gucken! Birdie! Endlich! Das ist nicht gut! Das war ein bisschen weit, oder? Die sind in den Baum lang. Und? Oh! 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 Mega! Schön! Danke! Jawoll! Wow! Wie knapp war der denn? Vorhand! Vorhand! Ja! 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 Da kann man schon mal vom Weiten abklatschen. Schönes Jörni! Danke! Oh! Oh! Der war ein Pin! Das passiert das mal an! So! Schönes Jörni! Danke! Nein! Ja! Ja! So! Schönes Jörni! Nein! Ja! 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 Ahh! Ohw dear! Das war so sweet! Geil! Ja! Ja! Get in the hole! Au, da hat sich Tauben verschoben! Nein! Komm, 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 komm! Schön! 30! Uuuuuhh! Uuuuhh! Sehr schön! Geiles Ding! Oh, sehr schön! Und roll noch ein bisschen! Schön! Jo! Wow! Und es funktioniert! Na dann, direkt mal! Oh! 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 Heeeey! Woohoohoo! Achtung! Ok! Oh, ich glaube, ich ertrissen bin! Nee, kriegen bin! Ok! Ohhhh! Was war das denn? Das war der Kopf! War die Schnauze da drüben? Ja! Das ist klar! Das ist klar! Warte! Würde! Geil! Einfach nur geil! Sehr schön! Sehr, sehr schön! Sehr, sehr schön! So, Kamera läuft! Ja! Das wird dann so hoch? Nee! So! Passt! Achso, ich wollte ja noch einen machen! Das ist ja nur für den Felder! Sieht man mich? Ist drauf! Alles klar! So! Yeah! Sauber! Haha! Geiles Ding! Kamera läuft! Ah! Okay! So, jetzt probier ich den auch mal! Ja! Ja! Wuhuu! Können auch mal! Hahaha! Okay! Ja! 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 Es geht ab, ich muss wieder nehmen, Crass! Alles klar! Wenn du so weit bist! Ja! Megaa! Wow! Klasse! Im Moment! Ja, duissen! Nö! Achso! So, Acerun, ne? Okay, Acerun. Die Fahne knickt. Oh ja, ich schiebe sie runter. Okay, schön. Nice shot. Das kriegen wir hin. Okay, Nemi! Ja, Nemi! Das ist schon so schön. Danke, danke. Ja, die war reingeschlichen. Wow! Leider nein, aber Hammer! Ja, Kamera läuft! Bahn 1, auf der Schrein. Ich ziele auf Altstetten. Wow, der fliegt der Fallschrein! Der segelt! Ich glaube, das mache ich nochmal. Scheißgelaufen! So ist besser! Klasse! Super! Ich hoffe, ich habe ihn jetzt runterschmeißen gerade. Oh, der ist gut! Super! 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 Mega! Super! 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 Wuhh! 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 Klar! Wuhh! Wuhh! Schade, aber sehr schön! Ja, könnte was werden! Ja, 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 ja! Und? Oh ja! Direkt hinter dich! Lockere Bödie schon! Ja, ja, ja! Ist nicht wahr! Geht rein! Woah! Hahaha! Läuft! Wow! Ist das jetzt armiert, dass sie weggegangen sind, oder? Vermutlich. Oh Gott. Vermutlich. Da hin und da nicht fliegen lassen. Ah, sehr schön. Jawohl. Hey, vielleicht wird es ein Bördi. Yes. Nämlich. Schöner Bördi. Farframed. Ich glaube, das erste. Hey. Schön. Cool. Yes. Danke. Ich muss mal von oben filmen. Was zum Verwöhnen. Ja. Geil. Unfassbar. So mag ich das. Bördi. Bördi. Fast. Zwei richtig krasse Dinger. Oh Mann ey. Ist rausgeflogen. Nein. 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 Du hast es echt drauf. Unfassbar. Klasse! Knapp! Sehr schön! Knapp! 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 Könnte gerade noch oben sein! Knapp! Okay, jetzt geht's. Next, Bernie. Das war. Na, na. 100, was. Ja. 100, was. Nee. Weiter rechts, oder vielleicht doch. Ja, ich komm zurück aus dem Weg. Ja, sehr schön. Danke. Ja, zu viel Panik. Ja. Mann. Sehr schön. Okay. Geil. Somit haben wir das zweite Starframe. Ja. Sehr schön. Geil. Ja. Sauber. Ja. Ja. Ja, ist ziemlich hoch, ne? Ja, danke. Gilt das eigentlich? Nee, ne? Nee, muss unten stehen bleiben. Ja. So. Ich hab ne 3, 3 schöne 30. Danke. So. Da kommt man ja gar nicht ran. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann muss ich auch hier zu mir draufstecken. Kleiner Tipp von dem Homeboy. Wenn man das so sagen darf. Homey, nicht Homeboy. Ich hab keine Kappe, aber ich zieh die Kappe. Grandios. Hammer. Ja. Mach mal nach. Ja. Kein Druck aufbauen. Dann mach mal nach. Was war das für eine Scheibe? Eine Discmania Neo Instinct. Fairway Driver. Ja. Kannst mal sehen. Also man braucht keine Distance Driver, ne? Absolut gar nichts. Sauber. Danke. Okay. Ja. Ist okay. Also bei Dabels hätten wir keinen Vorteil gehabt. Nächste Starframe. Ja. Ja. R знак bei Dabels. Achtung lieber, guck mir. Voller Einsatz. Voller Einsatz. Das ist Dying auf die harte Art. Kann man das sagen? Dying, dying. Wer suchet, der findet. Radek in Gefahr, Part 2. So, Part 3. Wie? Pass auf eure Nüsse aus. Das Ding ist unter Strom. Macht ganz leicht Aua. Scheiße, jetzt habe ich so dermaßen Respekt, ne? Hier oben drüber, nicht da. Ja, oder so. Ah! Hat es gezuckt? Nein, ich habe einen Scherz gemacht. Aber beinahe hätte es gezuckt. Das ist das Ding. Mach es genäß. Das Ding. Das Ding. Das Ding ist ein Scherz. Bist du scherz. Duick.